Wintersonne von Katrine Engberg Aus dem Dänischen von Ulrich Sonnenberg Ein Diogenes Hörbuch gelesen von Jerry Marwig Es war der Lärm, der ihn weckte, ein stampfender Rhythmus wie eine Lokomotive mit hohem Tempo. Er wollte zurück in den Schlaf abtauchen, das dröhnende Geräusch an seinen Trommelfellen zwang ihn jedoch zurück ins Bewusstsein. Er wollte zurückgewinnen, doch er wusste, dass es nicht stimmt. Er stimmte. Vorsichtig ballte er die Faust und spürte zu seiner Erleichterung, dass die Finger reagierten. Das Gefühl wehrte jedoch nicht lange. Ein Kabelbinder schnitt in sein Handgelenk. Er war gefesselt. Er blinzelte und zwang sich, die Augen zu öffnen. Sein Blick war verschleiert wie eine fettige Kameralinse. Er lag auf der Seite und sah nur sparsames Licht und in der Ferne Bäume. Etwas, das einer Gestalt ähnelte. Wo war er? Er konnte sich nur daran erinnern, dass er irgendwo an einem Grünstreifen geparkt hatte. Unter einem blau-schwarzen Himmel war er durch hohes Gras an mehreren Gebäuden vorbeigelaufen und hatte nasse Hosenbeine bekommen. War er nicht hierhergekommen, um irgendetwas zu finden? Soweit er sich erinnern konnte, war er durch das Tor eines großen Gebäudes gegangen. Und dann? Schmerz flammte vom Hinterkopf auf. Das Nachdenken fiel ihm schwer. Der Lärm nahm ihm die letzte Konzentration. Hatte man ihn niedergeschlagen? Er mobilisierte seine ganze Kraft, hob den Kopf und blickte auf seine Füße. Nicht weit von seinen Fußsohlen entfernt flimmerte ein schwaches Licht im Takt des Lärms. Und in einem klaren Moment wurde ihm bewusst, worum es sich handelte. Eine eingeschaltete Säge. Und er glitt darauf zu. Ein Schrei übertönte den Lärm. Mehrere Sekunden vergingen, bevor ihm klar wurde, dass er selbst geschrien hatte. Vergeblich zerrte er an den Kabelbindern. Sie gaben nicht nach. Er war gefesselt und dem Sägeblatt preisgegeben, das nur noch einen halben Meter von seinen Füßen entfernt war. Panisch warf er sich von einer Seite auf die andere. Die Schultern hämmerten auf die Unterlage. Blut tropfte aus der Wunde an seinem Kopf. Es musste doch möglich sein, einen Arm zu befreien. Wenn er doch nur richtig sehen könnte, dann ließen sich die Kabelbinder um seine Handgelenke vielleicht lösen. Vielleicht konnte er die Säge stoppen. Aber er hatte keine Chance. Es war das Ende. Er schrie um Hilfe. Ein Raubtiergebrüll. Und bekam keine Antwort. Montag, 18. November. Kapitel 1 Auf den ersten Blick sah der Koffer aus wie aus einem alten Film. Ein großer, viereckiger Reisekoffer mit Verstärkungen an den Ecken und einem breiten Handgriff mit verrosteten Metallbefestigungen. Er lag zwischen dürren Schneebärenbüschen. Die feuchte Erde hatte das Leder verfärbt und die Aufkleber mit Erinnerungen an Hotels in Trondheim und Hannover aufgeweicht. Annette Werner, Ermittlerin der Abteilung für Gewaltkriminalität, richtete sich auf und blickte auf den Hügel hinter dem Spielplatz der Östra Enlag. Sie sah eine Bank und einen einsamen Baum, dessen Silhouette sich vor den tiefhängenden Wolken abzeichnete. Normalerweise vermieden es die Kinder, auf dem Spielplatz den Hügel hinaufzugehen. Häufig hielten sich dort Leute auf, die Spritzen und Kondome hinterließen. Es war besser, ihnen nicht zu nahe zu kommen. Oben auf der Grasfläche telefonierte der zentrale Ermittlungsleiter, den der Wachhabende alarmiert hatte, mit Kriminaltechnikern und Rechtsmedizinern. Er hatte die Schultern hochgezogen, sein Regenmantel beulte sich über dem Rücken. Zwei Steintreppen führten den Hang hinauf. Beide waren mit rot-weiß gestreiftem Flatterband abgesperrt. An der hinteren Treppe stand einer der beiden jungen Beamten, die um Unterstützung gebeten hatten, und achtete darauf, dass sich niemand dem Fundort näherte. Annette Werner wandte sich wieder dem Koffer zu, schob einen tropfenden Zweig beiseite und hockte sich im Gebüsch neben den anderen Beamten. Der matschige Boden zwischen den Büschen gab die Wurzeln der umstehenden Bäume frei, deren letzte gelbe Blätter kraftlos von den Zweigen hingen. Wer hat den Koffer gefunden? Sie verlor beinahe das Gleichgewicht und griff nach der Schulter des Beamten. Erstklässler der Krebsschule. Sie spielen hier in Ihrem Pausengern auf dem Spielplatz und sind hier hochgelaufen, obwohl Sie das eigentlich nicht dürfen. Der Koffer war mit Erde bedeckt, aber eine Ecke ragte heraus. Der junge Beamte zeigte auf die obere rechte Ecke. Vielleicht ein Fuchs? Möglich. Die Kinder haben ihre Lehrerin geholt, die der Gestank alarmiert hat. Sie hat die 112 angerufen. Der Gestank. Annette roch feuchte Erde und herbstliche Fäule. Die herabgefallenen Blätter wurden bereits zu Humus, Pilze wuchsen. Eine Note von verdorbenem Fleisch lag wie eine süßliche Basis unter den Novembergrüchen. Nachdem wir ankamen, haben wir vorsichtig die Erde um den Koffer entfernt, um ihn zu öffnen, aber... Der junge Beamte räusperte sich unsicher. Naja, es ist noch nicht so lange her, dass ich die Polizeischule beendet habe. Wir haben an Obduktionen teilnehmen müssen und den Leichengeruch vergisst man nicht so schnell. Annette warf ihm einen Blick zu. Ihr habt ihn also nicht geöffnet? Wir haben den Deckel nur kurz angehoben und dann die Kripo gerufen. Ausgezeichnet. Auf dem Spielplatz war Kindergeschrei zu hören. Der Beamte reagierte nervös. Wir haben es nicht geschafft, alles ordentlich abzusperren, bis ihr gekommen seid. Wir waren ja nur zu zweit. Ja, man kann beinahe das Rascheln ihrer Overalls hören. Annette zog ein paar Latexhandschuhe aus der Tasche und streifte sie über. Ihre Tochter Gudrun hatte gerade einen neuen Winter-Overall bekommen. Himmelblau mit weißen Wölkchen. Ihre blonden Locken hingen jedes Mal im Reißverschluss fest, wenn sie den Anzug selbst anzog. Gudrun und Annettes Mann Svent waren gestern eine Woche zu Svens Schwester nach Kerteminde gefahren. Annette vermisste die beiden bereits, als der Wagen aus der Einfahrt fuhr. Ich öffne den Koffer jetzt, um ganz sicher zu gehen, dass wir die Maschinerie nicht unnötig in Gang setzen. Also ich habe da überhaupt keinen Zweifel, protestierte der Beamte und wischte seine tropfende Nase mit dem Handrücken ab. Annette fasste an die Unterkante des Kofferdeckels und spürte die Kälte an ihren Fingerspitzen. Noch hat es keinen Frost gegeben, nicht einmal nachts. Aber die Luft war schon gesättigt von der charakteristischen dänischen Feuchtigkeit, die im Winter durch Mark und Bein geht und Hände und Füße lähmt. Die Scharniere knarrten und sie hörte, wie der Beamte neben ihr nach Luft schnappte. In dem Koffer lag ein Körper, braun-lila farbener Haut mit weißen, schimmlig aussehenden Flecken. Annette musste nur eine Sekunde hinsehen, um zu erkennen, dass es sich um einen Menschen handelte. Allerdings hatte er nur einen Arm und ein Bein. Der Kopf lag in einer der Ecken und war längst zerteilt. Instinktiv wandte sie den Blick von der Leiche ab. Der Himmel über ihr war grau, die Luft voller feiner, kleiner Wasserperlen. Der Gestank war unbeschreiblich. Ein gutturales Geräusch entfuhr dem jungen Beamten. Annette schloss hastig den Deckel, bevor er sich übergab. Aus der Erde sind wir genommen. Der Pastor steckte die kleine Schaufel in einen Haufen Erde und schüttete etwas davon vorsichtig auf den weißen Sarg. Während er mit dem Zeigefinger der anderen Hand seine Brille den Nasenrücken hochschob. Zur Erde sollen wir wieder werden. Der Herr möge dich auferwecken am jüngsten Tag. Die kleine Versammlung rund um das Grab stand reglos im Nieselregen und verfolgte das Ritual. Jeppe Körner legte den Arm um Esther de Laurenti und spürte, wie ihr schmächtiger Körper unter dem Mantel zitterte. Jeppe hatte geholfen, den Sarg zu tragen. Seine Hand schmerzte. Abgesehen von Esther und ihm selbst waren nur ein paar alte Kollegen des Verstorbenen und ältere Bekannte erschienen. Die drei erwachsenen Kinder und wer weiß, wie viele Enkel und Urenkel fehlten. Seit einer hässlichen Scheidung vor vielen Jahren hatte es keine Versöhnung gegeben und nun auch kein letztes Lebewohl. Gregers Hermansen hatte in dieser Welt keine tiefen Spuren hinterlassen. Ein Abo da und die Glocke aktivieren, dann werdet ihr immer über neue Höhebücher informiert.